Mariane Rosenberg, was heißt es denn für Sie jetzt zu diesen Berliner Legenden zu gehören, also zu jenen berühmten Menschen der Hauptstadt, die jetzt in einer neuen TV-Sendereihe vorgestellt werden, des RBB. Also ich meine, Legenden, das hat ja immer so ein bisschen was mit Blick zurück. Manchmal sind die Leute auch nicht mehr am Leben und sie sitzen jetzt hier trotzdem quick lebendig vor mir. Wie fühlt man sich dabei? Das ist ja eine gute Einleitung. Ja, wie fühlt man sich dabei trotzdem als so eine Legende, das ist ja schon was. Also ich muss gestehen, Frau Wiegand, dass ich gar nicht wusste, dass ich in diesem Rahmen gesendet werde. Das heißt, Klaus Räfle, dieser wunderbare Dokumentarfilmer, kam auf mich zu und hat gesagt, ob ich Interesse hätte, wenn er ein Porträt drehen würde über mich. Ja, und ich habe den Film vor kurzem, also da war er noch nicht fertig geschnitten, dann mal reingeguckt und habe empfunden, dass es also auch für mich sehr spannend war, weil dieses junge Mädchen von damals, dass ich war, mit hier Mr. Moe McCartney in der ZDF Hitparade, das ist eben sehr viele Jahre her und da schaut man dann doch ein wenig so darauf wie auf eine andere Person, weil man ist diese Person nicht mehr. Aber man kann ja schon sagen, legendär, das passt schon ja irgendwie zu ihrem Leben, also was die Musikkarriere betrifft, aber auch natürlich die persönliche Geschichte. Und da fangen wir mal von Anfang an, da standen Sie schon mit fünf Jahren, man kann nicht sagen, auf der Bühne. Das war, glaube ich, in der Kneipe auf dem Tisch. Also wie muss man sich das vorstellen? Das muss man sich vorstellen, eine Berliner Kneipe und mein Vater hat mich mitgenommen und ich habe immer Lieder gelernt von Katharina Valente und Conny Francis. Wenn die Runde dann entsprechend angeheitert war, dann wollten die, dass ich singe, dann hat mein Vater mich auf so einen Kneipentisch gestellt, wirklich so eine Berliner Eckkneipe. Ja, für die Leute war das sicherlich was sehr Rührendes, glaube ich. Aber für Sie selbst war das nicht schon ein bisschen komisch? Sie waren fünf Jahre alt und das waren vielleicht auch ältere Männer. Sie haben es auch eben gesagt, entsprechend vielleicht auch schon mal ein bisschen angeheitert. War das so komisch oder hat das auch irgendwie wirklich viel Spaß gemacht? Ja, da waren auch viele Frauen dabei. Ja, also und für mich war es überhaupt nicht komisch. Ich wollte ja Sängerin werden. Ich habe mir ja zu Hause immer kleine Bühnen gebaut mit Tischen und Stühlen, auf die bin ich geklettert. Ich glaube, das war Anfang der 60er Jahre, habe ich diesen Grand Prix de la Chanson, diesen Contest verfolgt und habe da dann Sängerin gesehen und ich wollte dann wie die sein. Also ich habe mir immer vorgestellt, ich würde dann da auftreten und würde siegen und habe dann ein tolles Leben. Das war dann auch der Beginn der Karriere und dann ging es ja auch weiter. Mit 13, glaube ich, haben sie den ersten Gesangswettbewerb gewonnen. Sie bekamen auch dann schon, glaube ich, den ersten Plattenvertrag und dann kam es so langsam ein bisschen von dem Geld, also jedenfalls mit von dem Geld konnte, glaube ich, die Familie sich auch endlich ein bisschen mehr leisten. Sie waren in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, ich glaube, sieben Kinder insgesamt, also sechs Geschwister und haben sich dann ein Haus geleistet statt der kleinen Wohnung. Das Haus war dann, glaube ich, in Lichterfelde. In Boko, an der Berliner Mauer. War das denn nicht, also wenn man da jetzt so quasi auch mit das Geld verdient für die Familie und da ist man 14 Jahre alt, ist das nicht ein unheimliches, auch so ein Verantwortungsgefühl dann? Wenn man zu jung ist, glaube ich, empfindet man das nicht. Und mich hat Geld überhaupt nicht interessiert. Ich war eher interessiert jetzt, was passierte in der Schule, wenn ich in Bravo zum Beispiel stand. Also bis hin zu diesen banalen Sachen, wie sehe ich da aus, bin ich zu dick und bin ich in Bravo aus den Charts rausgefallen. Das waren Themen, die mich beschäftigt haben, dass es quasi so war, dass natürlich die Familie dadurch eine wirtschaftliche Verbesserung erfahren hat, was ja ganz toll ist. Diese Verantwortung, das kam erst viele Jahre später. Sie haben auch mal, glaube ich, gesagt, am Anfang fühlte ich mich auch irgendwie fremdbestimmt. War das so ein bisschen auch gedrängt dazu oder war das schon auch so, ich habe das gemacht, meine Karriere, das, was ich wollte? Also ich glaube, dass, wenn man so jung ist, dass man das selbst noch nicht so bestimmt. Man glaubt vielleicht, man bestimmt und ich habe dann eben viele Jahre so, bis ich ungefähr 20 war, da habe ich dann gesehen, dass ich so wie eine Marionette an Fäden hänge. Und das würde ich aber nicht ausschließlich auf die Familie beziehen. Natürlich, mein Vater war Musiker, mein Vater war tough und er hat es natürlich protegiert. Aber er hat mich nicht dazu gezwungen. Die Zwänge, die auftraten, waren auch innerhalb dieses Showgeschäfts, dieser schrillen Glitzerwelt. Also ich wurde auf Diät gesetzt, die Kleider, die Schuhe, die Handtaschen, alles von Kopf bis Fuß war nicht ich. Und irgendwann, ich würde sagen, auf dem Höhepunkt von Marleen, ja, von dem Song Marleen, habe ich dann gehofft und gebetet, dass die Umsätze runtergehen. Weil das war die einzige Möglichkeit, dass der ganze Apparat, Marjan Rosenberg war ja ein Unternehmen, sich zu befreien von diesem Apparat, die ja alle interessiert sind, an dieser Verwertbarkeit eines Menschen. Und deshalb auch, wie ich ja dann mehr und mehr erkennen musste, nicht meine Freunde sind, was ich ja immer geglaubt habe. Das war schon sehr schwierig gewesen, also denen zu entkommen. Und das war natürlich, wie man sich vorstellen kann, ein Prozess über viele Jahre. Sie haben ja irgendwo auch mal, glaube ich, gesagt, Sie waren auch mal so weit, dass Sie am liebsten die Marianne Rosenberg um die Ecke gebracht hätten, wie sie eben so damals war. Ja, Sie haben ja dann auch radikale Schnitte gemacht. Also Sie haben ja dann irgendwie da ganz mit aufgehört und sind unter anderem mit Rio Reiser aufgetreten, beziehungsweise hat er auch Songs für Sie geschrieben, mit Marianne Enzensberger natürlich, da mit in der Hausbesetzerszene und so drin. Das war Ihnen dann gar nichts mehr. Also die Schlagertante, als die Sie manchmal betituliert wurden, da wollten Sie ganz von weg? Da wollte ich radikal von weg. In den 80er Jahren, also Mitte der 80er Jahre, habe ich mich da völlig abgewandt. Und dachte auch, das sei alles ganz schrecklich, was ich gemacht habe. Ja, und dann hat es wieder einige Jahre gedauert, bis ich dann erkannt habe, dass das eigentlich so die erste deutsche Popmusik war. Dass das ziemlich gute Songs auch waren, weil das war ja dieser Sound of Philadelphia mit diesen, sage ich mal, genial banalen Texten von Gregor Rotschalk. Ich war aber auch noch nicht so weit, dass ich jetzt selber Musik oder Text erfinden konnte, um mich selbst jetzt künstlerisch auszudrücken. Sie haben ja gesagt, dass dann irgendwie jetzt im Nachhinein passt es wieder zusammen, können Sie auch zu stehen. Damals eben war das wie so eine Distanz dazu. Hat dazu auch beigetragen, wenn man nochmal zu Ihrer Familiengeschichte jetzt zurückblickt. Sie war, das war ja so eine heile Welt damals, diese Glitzerwelt der Stars, haben Sie ja selber geschildert. Und da war ja ein unglaublicher Bruch eigentlich auch zu dazu, zu Ihrer Familiengeschichte. Ihr Vater Otto Rosenberg, der 2001 ja verstorben ist, war Sinto und überlebte als einziger seiner großen Familie das Konzentrationslager Auschwitz. Und lange Zeit haben Sie ja darüber nicht gesprochen, eher nicht darüber gesprochen. Es war ja gar kein Thema. Ich schätze, es konnte auch kein Thema sein, damals in dieser heilen Schlagerwelt, nicht, oder? Ich glaube nicht, dass man das reduzieren kann auf die Schlagerwelt. Ich denke, dass es in Deutschland generell kein Thema war. Es war schon eine bleiernde, schwere Zeit, in der man nicht über diese Dinge sprach. Mein Vater dachte dann, also es würde meiner Karriere schaden, wenn man darüber spricht. Und er dachte auch, dass das eine Gefährdung meiner Person darstellen könnte. Bis er dann selbst politisch gearbeitet hat. Er hat den Landesverband für Sinti und Romer in Berlin gegründet. Als er dann damit öffentlich wurde, also da hielt sich das auch nicht mehr notwendig, dann damit hinterm Berg zu halten. Heute gehen Sie ja auch noch sehr viel weiter. Also Sie unterstützen zum Beispiel Ihre Schwester Petra, heißt sie, glaube ich, nicht? Die jetzt Vorsitzende eben des Landesverbandes Deutscher Sinti und Romer in Berlin-Brandenburg ist, soweit ich weiß. Die unterstützen ja bei Veranstaltungen und so. Also Sie gehen schon sehr offensiv damit um und mischen sich da auch politisch ein, kann man das sagen? Also ich bin keine Politische. Ich bin schon Künstlerin, ja. Aber ich bin natürlich parteiisch. Und wenn es dann Themen gibt, die mich angehen, dann mische ich mich durchaus ein. Also Sie haben gesagt eben, ja, Sie sind mehr Künstlerin, Marianne Rosenberg. In Ihren Texten, in Ihrer Musik spielte das politische, also so direkt kann man sagen, auch nicht eine Rolle. Also das war schon so, dass das viel auch, glaube ich, um Liebe, um die zwischenmenschlichen Themen ging. Aber um sowas, dann war nicht so Ihr Ding, glaube ich. Nein, das ist dann erst in den letzten Jahren dann gekommen, bei bestimmten Veranstaltungen. Da schreibe ich dann zu diesen Veranstaltungen spezielle Songs. Aber Sie haben völlig recht, auf der Popbühne natürlich, wenn ich Konzerte gebe, da spiele ich diese Songs nicht. Aber was sollen Sie auch an dieser Stelle? Das muss man auch so sagen. Ich bin nicht Joan Bays. Das ist klar. Sie sind Marianne Rosenberg. Und auf der Popbühne haben Sie gesagt eben, würden Sie sagen, ja, da stehe ich heute noch und da stehe ich auch zu? Weil wenn Sie heute auftreten, Sie singen schon auch wieder die alten Songs. Die Leute wollen das auch hören. Und wie geht es Ihnen da heute mit? Heute geht es mir sehr gut damit, weil ich habe ja sozusagen meinen Frieden damit geschlossen. Und ich muss auch sagen, dass ich den nicht so von selbst geschlossen habe, sondern eigentlich war es so, dass die Leute haben diese Musik aufgehoben und die haben das wieder an mich herangetragen. Und was macht es mir aus? Es ist ein Geschenk an mein Publikum, was ich neben den aktuellen Sachen, die ich natürlich auch mache, ich habe jetzt gerade wieder ein neues Album produziert und da handelt es sich ganz klar um Popmusik. Selbstverständlich nicht ausschließlich um Liebesthemen, sondern da überwiegen schon andere Themen, also die uns im Leben allgemein angehen, sei es jetzt zum Beispiel Castingshows oder auch die Umweltprobleme. Ja, alles passiert aber in einem Gewand von großer Popmusik. Also kann man sagen, auf der einen Seite, klar, er gehört zu mir, gehört immer noch zu mir, zu Ihnen. Ja, das wollte ich jetzt sagen, Frau Wiegert, dazu gehört aber dann, wenn ich auf Tour gehe mit diesem Programm, werde ich selbstverständlich, wieso soll ich nicht Er gehört zu mir spielen? Aber ich habe es in verschiedenen Variationen immer wieder gespielt und der wird dann natürlich auch etwas angeglichen sein, dem neuen Repertoire, dem neuen Album, was Anfang des Jahres kommt. Also Sie haben schon gesagt, es ist im Popgewand auf jeden Fall und man kann sagen, sicherlich die Texte, ich glaube, die sind auch meistens jetzt auch von Ihnen immer. Die Texte sind jetzt von mir geschrieben. Sind alle von Ihnen, glaube ich, alles. Und Sie führen da auch wirklich so aktiv die Regie, das hat man ja, also das... Ja, ich bin da so eine Regisseurin, kann man sagen. Also ich will auch die Regisseurin bleiben, weil ich will halt nie wieder an Fäden hängen und irgendwie, ja, wie das heute, wie man das heute so oft sieht, ja, in diesen Castingshows, dazu habe ich auch einen Song gemacht, der heißt Laufkleine. Da werden die Menschen ja auch so genommen wie Marionetten und das will ich halt nie wieder. Also es ist ja klar, dass ich, ich kann nicht wieder zurück in eine kleine Glaskabine und da auf Anweisung singen und ausgewertet werden. Das geht natürlich nicht mehr.